Hallo und herzlichst willkommen hier bei The Legend of Kyrandia, der in der WB18 hier. Wir sind jetzt hier in der Schlangenhöhle angekommen, bei dem natürlichen Mineralwassersee. Sehr interessant. Und man sagte mir in den Kommentaren, dass es nun sehr, sehr knifflig und sehr verzwickt werden wird. Ich bin mehr als gespannt. Wir haben hier vorne am Eingang gespeichert, das heißt, mir kann jetzt hoffentlich erstmal nichts passieren. Und wir schauen uns hier erstmal um. Ähm. Oder auch nicht. Kann ich mir denn jetzt hier gar nichts angucken? You'd think somebody would have a map of this place. Ja, theoretisch. Da wollte ich nicht lang. Herrgott, ich wollte hier lang. Nun, gut. Ein Feuerbeeren... Maybe these will help me find my way in the dark. Im Dunkeln? Okay. Okay. Oh, okay. Oh, ha, 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 ha. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was ist... Oh, now that... The iron gate must be attached to the dish and counterweight mechanism. Na, super. That looks like grandfathers. Allerdings. Allerdings. Moment, beim Großvater waren da Steine drin. Klar, das Gegengewicht. Oh, nee. Toll, jetzt kann ich nie mehr zurück. Hm. Schon wieder Feuerbeeren. Ich leg einfach alles voll hier. Okay, also bisher, ich hoffe jetzt nicht, dass das wieder so ein undurchdringliches Labyrinth... Es ist ein undurchdringliches Labyrinth. Oh, nee. Was? Was war dat denn jetzt? There must be a way to get a cross. Oh. There must be... Oh, allerdings. It seems like these caverns go on forever. Oh, nö. I can't see a thing in here. Fuck it. Was ist denn das? Hello? Ii, wo kommen die ganzen Augen her? Oh, nö. Ruhe in Frieden, Brandon. Oh, Kingers. Nee, das ist doch jetzt nicht wahr. Oh, nee. Äh. Oh. Okay, das mal gehe ich nach oben. Fireberries, maybe... Ach nee, das ist ja, das ist ja hier Sackgasse. Okay. Okay, also ich... Nein, geh doch mal hier lang. Wo ich lang will. Hier. Das heißt, ich werde wohl immer diese Bären bei mir haben müssen. Ja, zack, weg. Scheiße. Das heißt... Oh, mein Gott. Kann ich die eigentlich auch so halten? Nein. Doch, kann ich... Äh, ich kann sie halten. Oh, ner... Nein, nimm sie mit. Halten die überhaupt so lange? Ah, okay, die werden also rot. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Super. Kacke, kacke, kacke. Ich brauch einen Strauch, ich brauch einen Strauch. Oh, I can't see a thing in here. Oh, nein. Hello? Oh! Alter, was ist das denn jetzt hier? Boah. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Es lohnt sich auch gar nicht, jetzt hier mehrere mitzunehmen, weil die verbrühen ja... verbrennen, verbrennen ja dann eh irgendwann. So eine Scheiße, äh. Was war das denn jetzt? Super, klasse. Nein, 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 nein. Gehen wir runter. Oh, Gott sei Dank. Hier muss doch irgendwo, irgendwann mal was kommen. Komm, Brenton, beeil dich, beeil dich. Beeil dich! Hä? Oh! Was soll ich denn da jetzt machen? Weißt du, ich bin schon auf schnellster Geh-Stufe. Naja, das macht keinen Sinn, die jetzt mitzunehmen. Oh. So. So, Brenton, jetzt gib Gas. Na, ist schon wieder! Oh! Also ist das definitiv der verkehrte Weg. So, und hier oben war doch nur eine Sackgasse. Da hier. Fireberries. Vor allen Dingen, er war noch gar nicht in der Höhle hier vorne. Und er weiß jetzt schon, dass es in der Dunkelheit ihm helfen wird, diese Bären zu haben. Das ist auch ein bisschen komisch. Ich meine, ich bin froh über den Hinweis gewesen, aber... Hm, kann ich da vielleicht irgendwas nehmen? Da wurde doch alles irgendwie gefroren, oder? Okay, aber nur er. Okay. Brrrr. Okay. Hm. Brrrr. Ne, 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 gib her. Das Ding, wenn ich, wenn ich hier oben rumgehe... Na, komm ich hier hin? Ja, und wenn ich jetzt zurückgehe, sind die auch weg. Oh, das war knapp. Ach, nein, 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 ach... Ach, war das... Das war dämlich. Oh, Freunde, das kann ja jetzt hier lustig werden, ey. Also, das finde ich ein bisschen scheiße, dass man das hier so gemacht hat. Ganz ehrlich. Die Frage ist jetzt, verbrennen die nur, wenn sie bei mir sind, oder... Nein, 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 nein. So. So, jetzt sind die verbrannt. Ah, guck mal an. Okay, damit kann ich arbeiten. Die verbrennen also nur, wenn ich sie bei mir im Inventar habe. Ach, aber sie halten nicht so lange, bis ich da bin, wo ich hin will. Oh. So, ich werde da jetzt mal einen neuen Speicherpunkt setzen. Dann müssen wir uns das nicht mal wieder angucken. Spiel sichern. Äh, Lehrer 07. Speichern. Fireback. Oh, Mann, oh. So. Ach, oh. Oh, I got... Was? You'd think somebody would have a map. Hm, da geht's nach unten weiter. Oh, nee. Oh, nee. Das ist so nicht wahr. Das, das, ganz ehrlich, das nervt jetzt hier echt mit den Feuerbären. Da muss es doch irgendwo wieder eine, einen Strauch geben, Herrgott. Da. Und wieder. Nee, also, ganz ehrlich, das ist mir jetzt echt ein bisschen drüber hier. Also, das hätte man echt dem Spieler irgendwie schöner machen können. Wenigstens mehr von den, von den Sträuchern dagelassen. Ach, jetzt klingelt's. Ich muss mal eben dran gehen. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ähm. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich war. So eine Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht lang. So, wir holen jetzt nochmal neue frische Beeren. Ha, 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 ha. Ha, ha. Okay. Speichern. Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben. Wo ich hier überall war. Oh, da ist ein Stein. Hm. Nach unten geht's auch nochmal wieder. Ei, 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 ei. Also, ich denke mal, drei sind das Maximale, was wir nehmen können. Weil alles andere macht keinen Sinn, weil die dann eh wieder verbrennen. Nein, 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 nein. Ha, 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 ha. Das kann ja jetzt hier was werden. Oh, cool. Ein Fräger. Ein Fräger. Daher bin ich gekommen. Äh, daher bin ich gekommen. Ja. Oh, kacke. Ich glaube, ich bin von oben gekommen. Ja, Gott sei Dank, das war richtig. Jetzt gehen wir hier nochmal lang. Ah, neuer, das ist cool. Das ist hier, ne, doch nicht. Eieieiei, Freunde, ich glaube, ähm, das ist jetzt hier echte Fuzzlesarbeit. Und ich glaube, mir hier zuzugucken, ich weiß nicht, ob das so einen Sinn macht. Deswegen bin ich jetzt am Überlegen, das schnell vorzuspulen. Und, äh, ich weiß sogar gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme hier. Eieieiei, da ist noch ein Steinchen. Erstmal, oh nein! Ja, das war's. Ah! Ja, ich, ähm, ich werde das jetzt mal die nächsten paar Minuten, bis ich hier irgendwas wirkliches gefunden habe, werde ich schnell vorspulen, weil das ist jetzt hier echt, glaube ich, ein bisschen Fuzzlesarbeit. Ich will jetzt hier erstmal alle Räume mit, äh, Feuerbären auslegen, sodass ich hier wirklich überall safe bin. Und, ähm, dann schauen wir mal, wie und wo es weitergeht. Ähm, ich würde sagen, bis gleich. Ja, ich würde sagen, bis gleich. Oh, ich dachte, ich würde nie rauskommen. Okay, also, dann, äh, doch nicht schnell vorspulen. Muss ich nur daran denken, wie ich da wieder hinkomme. So, äh, noch einen Stein. Okay. Ah. Hm. Gibt's hier sonst nichts? Nur den Stein? Ratten. Ich würde einen von diesen auspüren. Wo sind denn da Ratten? Ratten. Das ist, äh, Goldmünze. Was? Ich habe Pitch all over my vest. Mein Vams? Was ist denn ein Vams? Okay, dann speichern wir schon wieder. Ging ist hier erstmal nur nach rechts. Okay, jetzt müssen wir mal nach oben. Das war knapp. Das ist erdrückend. Aber ich weiß, dass ich es nehmen kann. Oh, na, na, na. Ich fülle! Oh, na. Ich weiß schon, warum ich hier immer so viel speichere. Warte mal, warte mal. Ich habe doch hier... Ich guesse, ich gebe es einen Schuss. Ja, 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 ja. Und jetzt kann ich da... Oh. Ja, oder? Ja, oder so. Dieser Scroll ist starten, zu pay off. Ja, ein erstarrter unterirdischer Lavastrom. Ja, es ist ja cool. Oh Gott, hoffentlich brauche ich jetzt hier... Oh Gott, was ist das? Eisenschlüssel aufgenommen. Oh Gott, ich finde hier wieder Sachen. Und ich habe immer weniger... Oh nein. Das ist eine Sackgasse. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Weg finde. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Wieder speichern. Bären ablegen. Ich will jetzt in der Linkslaube noch. Unten geht es auch. Jawohl. So, jetzt ist Feierabend. Jetzt muss ich wieder zurück. Wobei... Ne, warte mal. Ich probiere mal was aus. Spiel sichern. Kann ich da vielleicht irgendwo lang gehen? Nein, kann ich nicht. Kann ich da oben lang? Sehr schön. Also dann da runter. Hier war ich dann noch nicht. Hier war ich auch noch nicht. So, also wieder speichern. Ja, sorry, dass ich das jetzt hier so viel mit dem Speichern, aber... Ich habe keine Lust, wie jetzt hier zum Beispiel. Dann permanent drauf zu gehen. Okay, da kriege ich noch eine Bäre gesetzt, oder? Naja, ich glaube... Naja, das wird zu knapp. Hä? Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Da. Aber das ist nicht der Bärenstrauch, wo ich gerade eben war. Mh, das war der. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Noch einen Stein. Super. Ich freue mich aber. Ich habe jetzt nur noch Platz für eine Bäre. Und ich muss die Tulpe ablegen. Ja. Was nach oben? Ja. Nein, 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 nein. Wusste ich's doch. Hier war doch auch irgendwo noch ein dunkler, ich glaube, hier der, oder? Ne, der nicht. Scheiße, das war's. Ja, er verbrennt. Oh. Ah, Mann, ey. Hm. Moment, ich glaube, das hier war nicht so eine gute Idee, oder? Ah, ha, ha. Gut, Freunde. Ähm, Telefon klingelt. Wir sind am Ende angekommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. NRWBoy18. Adieu.